Wir haben es geschafft. Wir sind auf Springer Mountain. Richtig geil, ne Jojo? Wir haben es geschafft. 10 Meilen. Wir haben sich angefühlt wie... wie viele Meilen waren das? 30 Kilometer. Naja, mindestens 30 Kilometer. Das ist der Ausblick. Es wird schon langsam dunkel. Scheiße. Das war super anstrengend. Aber richtig einigermaßen gutes Wetter. Ich glaube heute Nacht soll es ein bisschen regnen. Aber wir werden das schaffen. So. Das hier. Das hier. Das ist die erste Wegmarkierung von dem Appalachian Trail. bei dem wir morgen anfangen werden zu laufen. Und das hier. Das ist, ich glaube der erste Typ, der die Wanderung geschafft hat. Ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher. 1934 steht da. Und ansonsten... Hier gibt es auch mal eine kleine Überblickkarte vom AT. Hier muss man sich... oder kann man sich eintragen, wenn man hier oben ist. Das sieht so aus, als ob ungefähr 30 Leute heute gestartet sind. Ich glaube, wir sind die letzten heute. Weil... Alle anderen, die in dem gleichen Hostel waren wie wir, haben sich schön hier hoch chauffieren lassen. Schön ausgestiegen am Gipfel des Berges. Und wir beide... Wir sind unten ausgestiegen. Und wir sind den ganzen Weg hochgelaufen. 3782 Meter Höhenunterschied. 3782 Meter Höhenunterschied. So. Amerikanische Flagge. Oh man. Vielleicht sind es auch... Feet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es Arsch hoch. Okay. See you tomorrow. Bye.